Orangen-Mascarone-Rolle Zutaten vor ca. 15 Stücke 3 Eier, GR M 200 Gramm Zucker, 80 Gramm Mehl 1-2 TL Backpulver 3 Blutorangen E2 Blattgelättene TL 250 Gramm Mascarbone 500 Gramm Magerquark 250 Gramm Schlagsahne Eine Tüte Vanillenzucker E eine Tüte Sahnefestiger Backpapier Zubereitung Eier trennen Eiweiß steif Schlagen, 75 Gramm Zucker ein Rieseln lassen Eigelb unter Rü Renn Mehl, Backpulver mischen Darüber sieben, unterheben Auf Ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech streichen Im heißen Backofen, Eherd, 200, GJ Umluft, 175 Grad Celsius Schrägstrich Gas, Stufe 3, ca.io Minuten backen Ein Küchentuch mit 25 Gramm Zucker bestreuen, Biskuitplatte darauf stürzen, paar unbekanntes Zeichenpil abziehen Biskuit von der Längsseite aufrollen Auskühlen lassen Eine Orange heiß waschen, trocken reiben Zwei Scheiben abschneiden, kalt stellen Üb Riege Orangen gründlich schälen und in Scheiben schneiden Drei glättene einweichen Mascarpone Mascarpone, Magerquark und 100 Gramm Zucker verrühren Gelatini ausdrücken, auflösen, tröpfkinnweise in die Creme Rü Unbekanntes Zeichen renn Biskuit entrollen, Creme darauf streichen, Orangen auf einer Hälfte verteilen Sobald die Creme geliert, aufrollen Zwei Stunden kalt stellen Sahne, Vanillenzucker, Sahnefestigel steif schlagen Rolle damit bespritzen Übrige Orangenschai Ben-In-Segmente schneiden Rolle damit verzieren Sesam Tofu mit Kokosuke Zutaten für vier Personen 500 Gramm Tofu 4 EL Sojasauce 2 EL ungesalzene Erdnusskerne Ein Stück, ca. 2 cm, Ingwer, eine kleine Knoblauchzehe, eine rote kleine Kieliskote, einem Brokkoli, ca. 500 Gramm, 2 bis 3 EL stückige Erdnussbutter E einer Dose, 400 ml Kokosmilch Salz, Zitronensaft 8 Stille Koriander Ca. 2 EL Sesam 3 TL Öl 1 TL Sesam 0,5 cm dicke Scheiben schneiden Tofu in Sojasau unbekanntes Zeichen Seewenden, ca. 3 O-Minuten ziehen lassen 2 Erdnüsse ohne Fett rösten und klein hacken Ingwer, Knoblauch schee Lehen und fein reiben Chili Längs halbieren, entkernen und Fruchtfleisch klein schneiden Brokkoli putzen, in Rösken teilen Erdnussbutter, Kokosmilch erhitzen Knoblauch, Ingwer und Chili zugeben Sauce aufkochen und mit Salz und Zitronensaft abschmecken 3 Brokkoli in kochendem Salz Hähnchenkeulen Zutaten für 4 Personen 8 Hähnchenunterkeulen, e. ca. 75 g 1 Glas, 255 g, Getrock Nähte Tomaten in Öl Ca. 1-2 TL Rosenpaprika Meersalz Schwarzer Pfeffer 1 EL Öl 1 kg festkochende, mittelgroße Kartoffeln 5 Stiele Rosmarin 2 junge Knoblauchknollen 4 Stiele Basilikum 1-2 EL saure Sahne 1 Glas, 150 g, Basilikum Pisto Zubereitung L Keulen waschen, Trockenpunkt tupfen Tomaten abgießen Öl dabei auffangen Papri unbekanntes Zeichen K 3 EL Tomatenöl 3 EL Tomatenöl, Salz und Pfeffer verrühren Hähnchenkeulen damit bepinseln Öl in einer Pfanne erhitzen Keulen darin unterwenden, ca. 5 Minuten anbraten Kartoffeln waschen und halbieren Rosmarin waschen und trocken tupfen Nadeln abstreifen und grob Haar unbekanntes Zeichen kehen Knoblauchknollen quer halbieren Hähnchenkeulen, Kartoffeln, Knoblauch und Rosmarin auf ein Backblech verteilen Mit 4 EL Tomatenöl betreufeln Mit Salz und Pfeffer würzen und im vorgeheizten Backofen, Eherd, 200 Grad Celsius Schrägstrich Um unbekanntes Zeichen Luft, 175 Grad Celsius Schrägstrich Gas, Stufe 3, etwa 35 Minuten garen 3 Ca. 5 Minuten vor Ende der Garzeit Basilikum Blättchen Von den Stielen zupfen und mit den Tomaten auf dem Blech verteilen Saure Sahne strudelartig unter das Pesto rühren und dazu reichen Hirschspieße Zutaten für 4 Personen 1 Knoblauchzehe 2 TL eingelegter grüner Pfeffer 2 EL Walnussöl 2 EL Zitronensaft 800 Gramm Hirschkeule oder Rücken 125 Gramm getrocknete Aprikosen 200 Milliliter Orangensaft 30 Gramm Ingwer 2 TL Honig 1 EL Öl Salz Schmittlauch zum Garnieren Holzspieße Zubereitung 1 Knoblauch hacken Pfeffer hacken, mit Walnussöl, Zitronensaft und Knoblauch verrühren Fleisch von Sehnenloh oder Fett befreien und in 2 cm lange und 1 cm dicke Streifen schneiden Fleisch in der Marinade im Kühlschrank mindestens 3 Stunden, am besten übernackt, marinieren E Aprikosen würfeln und Prozentpin Orangensaft einweilen bekanntes Zeichenschen Ingwer schälen und fein würfeln Aprikosen, Saft, Ingenieur unbekanntes Zeichen weh und Honig pürieren und erhitzen Fleisch aufs Spieße stecken Öl erhitzen und das Fleisch darin je Seite 2 bis 4 Mittwoch unbekanntes Zeichen natten kräftig braten Mit Salz würzen Spieße mit dem Dip anrichten Mit Schnittlauch B unbekanntes Zeichen streuen und garnieren Dazu schmecken geröstete Kartoffel unbekanntes Zeichen Würfel Mit Schnittlauch B unbekanntes Zeichen Mit Schnittlauch B unbekanntes Zeichen Ändlst das Schnittlauch B